mit diesen bildern darf ich euch zurück begrüßen zu einer weiteren folge transport fever schönbau ihr seht schon die v200 fährt hier einigermaßen korrekt bespannt über meinen nagelneuen viadukt das ist mein erster viadukt den ich gebaut habe deswegen möge man es mir nachsehen wenn der noch nicht so perfekt ist das haben andere leute schon deutlich besser umgesetzt nichtsdestotrotz finde ich das ding fügt sich schön in die landschaft ein und wirkt einigermaßen authentisch so wie habe ich das gemacht wie baut man so ein viadukt wir steigen gleich in die zeitraffe ein ich zeige euch nur gerade kurz vorweg was ihr dazu benötigt was gilt es denn zu beachten also man beginnt halt mit einer brücke idealerweise ziehe ich mir das in die ebene damit lässt sich einfach schöner basteln man kann natürlich auch nen viadukt umsetzen mit einer ja mit einer steigung in der strecke dann ist das aber halt relativ viel fummel arbeit so und um sich das zu ersparen baut man das viadukt halt so wie in dem fall in der perfekten ebene dazu braucht ihr die brückenbaumod von joe fried und dann geht er einfach ganz runter und wählt dieses gleis hier aus also ihr seht das ist einfach nur ein gleis ohne alles und da kann man dann eben diese ganzen viadukt elemente dran snappen das werden wir gleich sehen des weiteren braucht ihr dann noch das ist einsortiert hier unter den mods unter gleis objekten und dann gibt es hier brücken und dammbau und dann gibt es hier allerhand verschiedene varianten natürlich mit verschiedenen texturen verschiedene baustoffe und so weiter und so fort das müsst ihr euch einfach in ruhe ansehen das zeige ich jetzt nicht alles im detail genau das sind die dinge die ihr braucht und wir legen einfach mal mit der bastelzeitraffer los so also ich habe begonnen eben dieses gleis hier rein zu ziehen wie gesagt schön in der ebene gehalten einmal quer über dieses tal drüber gespannt und dann habe ich mir die die passenden brücken bzw viadukt objekte herausgesucht und habt ihr hier eben alle aneinander gereiht einfach dran das snappt ja an die gleise dran das geht recht easy dann das ganze einmal durchgezogen und ich baue das auch direkt dann noch mal um weil es mir dann halt doch nicht so gut gefallen hat und weil ich noch geeignetere objekte gefunden habe aber ich habe trotzdem mal ganz drauf gelassen ohne da irgendwie rumzuschnippeln damit man einfach den ganzen arbeitsablauf lückenlos nachvollziehen kann so diese etwas breiteren beziehungsweise längeren objekte haben mir dann irgendwie besser gefallen an der stelle dann habe ich die nummer rausgeschmissen und dann eben entsprechend ersetzt texturen sind natürlich geschmackssache aber mir hat das hier einfach ganz gut gefallen also passend in die epoche von der farbgebung her so aber das ist natürlich wie gesagt geschmackssache so dann habe ich hier mal diese quasi gefüllten elemente verwendet als brückenköpfe und bin dann auch gleich dazu übergegangen fußgängerwege anzulegen weil das wird halt schon auch so ein bisschen so ein ausflugsgebiet naherholungsgebiet und da ist zwischenzeitlich auch noch einiges dazugekommen wir schauen natürlich dann wir nehmen das ganze gelände noch mal unter die lupe nach der bastelzeit raffa ist ungefähr zehn minütige bastelzeit raffa das heißt also rohmaterial war ziemlich genau eine stunde länger hat das ganze ding nicht gedauert und insgesamt glaube ich waren es dann ungefähr eineinhalb stunden arbeit dieses ganze gelände was ich gleich noch ein bisschen im detail präsentieren werde hat mir dann die fußgängerwege einfach schon mal ein bisschen weitläufiger angelegt alles schon mal so ein bisschen ausgebessert mit dem gelände tool hier auch immer mal wieder die wegarten verändert einfach damit ich eine größere fläche habe für die feldwege genau das ist glaube ich alles relativ selbsterklärend bisschen terraforming betrieben ausbesserungsarbeiten mit dem gelände tool dann den bahndamm hier schon mal ein bisschen angepasst das wird im übrigen auch noch mal das wird die zweite bergstrecke die habe ich glaube ich inzwischen auch schon unter strom gesetzt denn da habe ich vor den gläsern den zug verkehren zu lassen der passt ja wunderbar da rein also der drängt sich ja förmlich auf so dann mit brückenköpfen einfach hier die die enden und den also anfang und ende von dem viadukt noch mal ein bisschen ausgebessert dann die rampe hier noch mal ein bisschen umgebaut noch mal ein stück weit mehr in die ebene gebracht und wieder angeschlossen damit sich diese brücken kopf elemente besser einfügen so wie hier gerade schön zu sehen gewesen weiter mit den feldwegen damit das einfach alles schon mal an seinem platz ist also so ungefähr so erst mal bis hierhin viadukt steht dann habe ich mir genau dann habe ich mir hier noch mal so einen weiteren kleinen fluss angelegt hier hatte ich zum beispiel auch eben dieses update noch nicht am start also das heißt es man kann ja mittlerweile wunderbare wasserfälle anlegen die ist schon eine knappe woche alt also wo ich die aufnahmen gemacht habe deswegen hatte ich da einfach noch nicht dieses update und habe quasi noch mal mit der improvisierten variante gearbeitet aber ich zeige euch gleich auch noch wie das mit den wasserfällen aussieht ist auch wirklich also man kann schon sagen sensationell das ist wirklich großes kino sieht ganz ganz toll aus riesen bereicherung hier habe ich mir dann den see angelegt da habe ich mir einfach straßen zu hilfe genommen um das ganze halt erst mal so um mir eine ebene fläche zu schaffen damit ich das schön den see anlegen kann gibt es natürlich verschiedene möglichkeiten wie man sich halt so ein gelände planieren kann aber gerade wenn man so ein bisschen unebenes gelände hat dann klappt das eigentlich mit straßen einigermaßen gut mal ist halt auch geschmackssache und es ist ein bisschen fummel arbeit aber am ende des tages passt das schon also kann man schon so machen hier habe ich schon begonnen mir so eine kleine insel anzulegen und dann kommt auch direkt der see dazu das musste ich dann noch mal ein bisschen überarbeiten und hier sieht man auch schön wie bequem man sich die sehen anlegen kann man muss einfach nur einen punkt finden das sieht man jetzt gleich schön so zack und dann einfach füllen und schon hat man wieder ein schönes gewässer angelegt dann hier noch ein paar so ausbesserungsarbeiten hier sieht man auch schön also wenn man so eine relativ tiefe schlucht angelegt hat wie in dem fall da muss man halt noch ein bisschen mit dem gelände tool drüber damit diese hässlichen spitzen da weggehen das ist natürlich ein bisschen mühsam aber lohnt sich natürlich auch am ende des tages am ende des tages das sage ich sonst eigentlich nie zu viel karl heinz rummenig interviews geschaut so dann das seeufer noch ein bisschen ausgebessert dann kommen sicherlich noch mal ein paar wege dazu und paar brücken habe ich mir noch reingezogen das dürfte jetzt gleich der fall sein und hier habe ich auch erst mal so ein bisschen breitere straße verwendet damit ich halt einfach eine eine größere quasi auflagefläche für die für die schmalen fußgängerwege bekommen so kleine holzbrücke wieder gewählt dann hat das mit den steigungen wieder alles nicht so ganz gepasst und ich musste relativ viel rumfummeln und am schluss habe ich noch mal komplett umgebaut weil mir die brücke die diese hölzerne fußgängerbrücke einfach zu nah an dem viadukt dran war dann habe ich das noch ein bisschen versetzt und die finale version die gleich zu sehen bekommt die sieht dann auch deutlich besser aus das ist quasi jetzt erstmal nur so der rohbau so dann die straßen wieder umgeändert und die üblichen ausbesserungsarbeiten mit dem gelände tool so nächster schritt noch mal eine kleine ebene auf der insel erschaffen damit ich mir da halt ein paar gebäude schön drauf kleben kann schon mal eine brücke angeschlossen damit also da werden natürlich langfristig dann auch ein paar leute durch die gegend laufen ist ja klar eventuell noch ein paar autos durch die gegend fahren lassen ich muss mal schauen aber das ist ja eher ich glaube ich belasse es bei fußgängern das passt besser in diese ganze szenerie dann wieder mit steinen gearbeitet das finde ich passt immer ganz gut wenn man sich so eine kleine schlucht anlegt fügt sich ganz nett ein alles meine kleine insel noch ein bisschen ausdekoriert und da kommen jetzt auch gleich noch ein paar hütten drauf einfach so ein ausflugs lokal damit mit einem kleinen biergarten dran noch so nebengebäude hingeklebt genau hier noch mal dasselbe spiel da kommt auch noch mal so ein kleines ausflugs lokal hin auch mit straßen gearbeitet einfach um eine kleine ebene fläche zu erschaffen und dann passendes gebäude draufgepappt gleich auch mal angeschlossen damit ich halten besuchermagneten rein kleben kann langfristig hier das weiß ich nicht was das ist einfach naja irgendwie könnte vielleicht ein kleiner bauernhof sein oder sowas in der richtung oder möglicherweise wohnt da der waldschrat kann ja auch sein wer weiß so oder die grundstücks grenze quasi eingezäunt in dem fall mit mit hecke passt auch ganz gut und wo ich gerade den garten so sehe es kam ja auch das zeige ich gleich noch wunderbare mod namens ich glaube gartenspaß von liakon und und joshi sensationelles paket zeige ich euch gleich noch riesen bereicherung mit mit allen möglichen details drin also garten assets halt einfach eine grill eine hollywood schaukel ist mit drin paar so kleine hütten wohnwägen das wird natürlich auch dazu führen dass ich mir wieder einen campingplatz anlegen kann und diesmal auch richtig authentisch mit echten wohnwägen halt ohne da irgendwie blöd improvisieren zu müssen auch eine richtig coole sache eine hundehütte ist mit dabei also lauter coole sachen so hier wird noch mal ein bisschen fleißig begrünt in dem fall per hand aber ich habe inzwischen auch diesen wald diesen förster mod aktiviert und habe schon relativ viel mit dem gebastelt also das wird auch noch mein eigenes thema für eine zeitraffer denke ich weil das spart ungemein viel zeit das kann man sich gar nicht vorstellen so fertig soweit das ist jetzt das finale produkt ihr seht schon da ist ein bisschen mehr dazugekommen und wir gehen es mal so ein bisschen durch die insel hat man ja gerade eben schon schön gesehen da hat sich also alles noch ein bisschen zusätzlich begrünt hier wäre ich natürlich noch mit texturen arbeiten und personen assets habe ich jetzt auch noch keine aufgestellt beziehungsweise hingesetzt das mache ich dann irgendwann mal also in einem großen aufwasch in einer großen sitzung dass ich einfach überall dort wo es passt schon mal personen assets hinschmeiß so schauen wir uns ein bisschen um dann hier die besagte brücke oder beziehungsweise diesen ganzen bereich habe ich noch mal so ein bisschen umgebaut die brücke einfach so ein stückchen weiter von dem viadukt entfernt und das war ja vorher auch so eine kleine rampe jetzt habe ich einfach in die ebene gebracht und jetzt haben wir hier so eine schöne szenerie mit diesem mittelalterlichen wachturm so das fügt sich echt gut ein finde ich gefällt mir sehr sehr gut so dann gehen wir mal ein stückchen weiter hoch habe das alles einfach noch weiter bepflanzt und noch ein paar zusätzliche wege eingezogen den fluss bis hier oben dann bis zum kartenrand halt durchgezogen dann habe ich hier drüben das habe ich jetzt rausgeschmissen aus der bastelzeit raffa das wäre mir sonst zu lang geworden und das ist relativ banal ganz simple kirche hingeklebt das ist halt so eine wallfahrts kirche habe ich mir überlegt draußen schön auf dem land gibt eine schöne szenerie hier drüben auch mit dem kleinen bü noch der unbeschrankte und das ist eben jetzt die strecke da werde ich den den gläsernen zug fahren lassen beziehungsweise der verkehrt sogar schon aber das ist halt noch nicht wirklich alles ganz fertig das ding hier deswegen zeige ich immer nur mal einen kleinen ausblick schon mal auf die nächste bergstrecke an der stelle hier soll entlang der strecke einfach schon mal so ein paar szenarien entstehen lassen paar gebäude hingepflanzt und sonst die üblichen mittel verwendet alles so ein bisschen begrünt und schon mal wege durchgezogen aber das wird noch ein eigenes thema denke ich mal hier kann man noch mal kurz einen blick reinwerfen hier mit diesen mit diesen stützwänden gearbeitet hier mal so ein mini tunnel mit steinschlagschutz reingezogen hier oben ist noch mal so ein kleines festungselement und die strecke schlängelt sich dann schön hier hoch und endet dann hier drüben und da wäre ich noch irgendwie ein kleines dorf entstehen lassen denke ich mal schon auch so ein tourismus ort aufgrund der kleinen alten mittelalter burg die hier oben jetzt auf dem auf dem berge thront und das ganze tal hier überblicken kann so das wird glaube ich auch eine ganz nette nummer genau gibt sonst noch irgendwas hier zu sehen aus diesem bereich denn sonst kommen wir jetzt auch schon wieder langsam aber sicher dem ende entgegen nö das müsste gewesen sein dann kriegt ihr jetzt einfach noch einen kleinen ausblick auf die nächste folge denn das wird nicht diese bergstrecke hier oben die hat noch ein bisschen zu warten dauert noch ein wenig okay den gläsernen zug kann ich schon mal zeigen wo ist er denn der müsste hier eigentlich auch ganz in der nähe schon rumfahren da ist er genau erst hatte ich den dreifach traktion fahren weil mir der irgendwie ein bisschen zu kurz vorkam aber das macht ja überhaupt keinen sinn weil er keine kupplung hat deswegen fährt er jetzt hier wieder in einzeltraktion durch die gegend und ich denke mal der passt wunderbar in dieses szenario rein ach ja und bevor jemand noch mal nach dem schienenbus fragt ich habe schon dazu genommen kann ich euch eigentlich kurz zeigen an der stelle und zwar wo haben wir denn ein depot hier ist auch noch eine kleine baustelle genau hier haben wir doch ein zug depot und zwar unter triebwägen das hier ist der urban games schienenbus und hier haben wir den gemoddeten aus train fever und ich denke mal ich werde letzteren verkehren lassen also der ist auf jeden fall fest eingeplant der wird noch mit auf die reise geschickt ehrenwort schönbau bastel ehrenwort ja hier unten hatte ich auch noch mal so ein kleines ausflugs lokal reingezogen das hatte ich ganz vergessen auch nicht der rede wert ganz simples ding also einfach mit wegen angeschlossen zwei passende gebäude und hier noch mal so ein bisschen so eine hecke reingezogen und fertig so ausblick auf die nächste folge das wird noch mal da werden wir ein bisschen ins thema landwirtschaft gehen hier drüben habe ich schon mal begonnen ein bisschen rumzubasteln also einfach den bauernhof aufgestellt und hier das ist alles so thema viehzucht geworden also was haben wir denn hier ich glaube schafe hier ist die schafweide hier ist die kuhweide auch alle schon so ein bisschen ausdekoriert hier mit tränken paar bäume gepflanzt hier ist die pferdekoppel die haben dann hier auch noch so einen kleinen stall hier klebt eine güterhaltestelle drin denn ich lasse auch traktoren verkehren das passt ja wunderbar in die ganze szenerie und genau das wird so das thema der nächsten folge landwirtschaft und alles was zu diesem komplex dazugehört in diesem sinne ich bedanke mich fürs zuschauen ich hoffe es hat euch wieder ein wenig gefallen und ich konnte euch vielleicht eine kleine bastel anregung in form dieser bastelzeit raffa geben und ja macht's gut bis zum nächsten mal wenn ihr bock habt